Und jetzt sehen wir hier, wie er hier selbstständig die Serpentin da im Wohngebiet ausfährt. Ich würde sogar sagen, sehr smooth, weich, angenehm. Es versetzt mich fast schon in Trance, ihm dazu zu sehen. Man sieht hier auf dem Bildschirm, der Tesla will losfahren. Jetzt sieht man hier, wie der Strich von der Navigation kurz nach links zappelt. Allerdings, der Tesla korrigiert sich jetzt und sagt, nee, 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 das ist ein Kreisverkehr, mein Freund. So darfst du nicht fahren. Fährt jetzt hier weiter, selbstständig den Kreisverkehr, hoffentlich. Come on, Tesla, you can do it. Mach es. Fahre den Kreisverkehr. Einen wunderschönen guten Tag, sehr geehrte Freunde der Elektromobilität und des vollautonomen Fahrens. Wir schauen uns heute wieder ein Video über das Tesla Full Self Driving an. Das letzte Video, das wir gesehen haben, war Stand Mai 2022 mit der Version des Tesla Full Self Driving Assistenten 10.12 bei Tag. Das war meiner Meinung nach bereits sehr beeindruckend. Und heute schauen wir uns den Stand von Anfang September 2022 an in der Version 10.69.1 bei Nacht. Kurzer Hinweis, es ist bereits eine neuere Version rausgekommen, das ist die 10.69.2. Allerdings finde ich dieses Video sehr beeindruckend in der älteren Version, deswegen zeige ich euch das jetzt. Und ich möchte einfach noch warten, bis spannendere Videos in der Version 10.69.2 rauskommen, bevor ich euch die zeige. Okay, dieses Video hat keinen Ton, nur dass ihr es wisst, das heißt, den einzigen Ton, den ihr hören werdet, ist mein Kommentar dazu. Wir werden uns das Video nicht in voller Gänze angucken. Ich habe auf euer Feedback gehört, das heißt, wir werden uns nicht das ganze Video anschauen, sondern ich werde mit euch nur die Highlights durchgehen, also die Momente, die meiner Meinung nach sehenswert sind. Und wenn ihr stattdessen lieber das volle Video sehen wollt auf dem Kanal, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, dann überlege ich mir das nochmal. Ansonsten habe ich es so mitgenommen, ihr möchtet gerne einfach nur die Highlights sehen. Wenn ihr die unverfälschte Experience haben wollt, Freunde, dann schaut bitte beim Urheber dieses Videos vorbei. Das ist der gute Whole Mars Catalog, das ist ein US-Amerikaner, der hier in San Francisco rumfährt. Der macht öfter solche Videos mit Tesla Full Self Driving. Abonniert rein, lasst einen Daumen da, habe ich privat natürlich alles schon gemacht. Und ich tauche jetzt in das Video ein und hole euch wieder, wenn aus meiner Sicht das nächste Highlight passiert quasi. So, kurze Standardsituation für den Autopiloten, Stoppschild, das haben wir im letzten Video schon gesehen, nur jetzt nochmal die kurze Wiederholung. Es ist nachts, wir haben Stoppschild mit Zebrastreifen. Der Tesla hält zunächst beim Zebrastreifen an, schaut nach Fußgängern, fährt jetzt vor bis zur Haltelinie, tastet sich jetzt langsam nach vorne. Wir sehen ein Auto, welches von rechts kommt, wird erfolgreich erkannt. Das Auto ist weg, der Tesla bleibt jedoch stehen, weil hier der Fußgänger über die Straße will und bleibt hier schön in der Lücke stehen. Und jetzt ist die Straße komplett frei, der Tesla fährt komplett durch, souverän gelöst. Jetzt sehen wir hier, wie das Full Self Driving so mit dem aktiven Verkehr mitfließt. Ordnet sich jetzt hier auf der rechten Spur ein, das hat mit der Navigation zu tun, wahrscheinlich muss er irgendwann mal rechts. Und hat sich entsprechend auf der rechten Spur eingeordnet. Jetzt haben wir hier eine rote Ampel, der Tesla verlangsamt frühzeitig die Geschwindigkeit, wird langsamer. Ampel schaltet mittlerweile auf grün, fließt ganz normal mit dem Verkehr mit. Und entsprechend, ja, jetzt kommt die nächste rote Ampel, verlangsamt bereits die Geschwindigkeit. Er musste jetzt hier kurz ans Lenkrad fassen, um den Todmannschalter zu bestätigen. Aber wie ihr seht, ganz normales Mitfließen mit dem Verkehr ohne weiteres möglich. Nächste interessante Situation, wir sind an der Ampel. Der Tesla wartet. Ampel ist auf rot. Wir müssen entsprechend kurz warten, bis der Verkehr sich legt. Und jetzt sehen wir gleich eine interessante Situation, meiner Ansicht nach. Und zwar, dass jetzt gleich die Ampeln auf grün schalten, aber ein Fußgänger über den Zebrastreifen will. Das darf er auch entsprechend. Das heißt, jetzt sollten wir es gleich sehen. Es sollte bald kommen. Ihr seht hier so ein bisschen an der Ampel den Counter. Sechs Sekunden noch, dann geht es hier weiter. Zwei, eins. So, und jetzt schaut mal auf diesen Fußgänger hier. Ampel ist grün, Fußgänger will über die Straße. Er musste nicht die Bremse oder so betätigen. Der Tesla wartet, da rechts steht noch ein Fahrradfahrer. Tesla tastet sich langsam nach vorne. Das müssen wir jetzt kurz in der Wiederholung anschauen. Also, Ampel wird grün. Ja, Fußgänger von rechts überquert die Straße. Der Tesla überquert. Er muss hier nur kurz den Todmannsschalter betätigen. Er ist nicht am Pedal, nicht am Lenkrad. Wartet, bis der Fußgänger drüber ist. Zögert, weil rechts noch ein Fahrradfahrer steht. Fahrradfahrer wartet. Der Tesla fährt langsam los. Also, interessante Situation aus meiner Sicht. Der Tesla hat gewartet, bis der, ob der Fahrradfahrer, Fahrradfahrer vielleicht auch noch drüber will. Und als er festgestellt hat, der Fahrradfahrer bleibt stehen, ist er entsprechend drüber. Und jetzt gehen wir in die nächste interessante Situation, hier an der Ampel. Wir sehen wieder, der Fahrer hat die Füße nicht am Pedal, die Hände nicht am Lenkrad. Jetzt wird es ein bisschen unübersichtlich. Jetzt lässt er die Hände hier über dem Lenkrad schweben, weil die Situation gerade unübersichtlich ist. Aber ihr seht, der Tesla meistert das. Jetzt ist hier die linke Spur durch Fahrzeuge belegt. Der Tesla korrigiert, bleibt stehen und überholt jetzt das stehen gebliebene Fahrzeug in dem Moment, wo er merkt, dass der Vordermann hier auch fährt. Also, eigentlich sehr gut gelöst, fand ich gut. Und so kann das weitergehen, würde ich sagen. Jetzt hier nochmal, Müllabfuhr. Ja, er wollte, hier, das schauen wir uns nochmal in der Wiederholung an. Müllabfuhr bringt den Müll rein. Von hinten kommt nichts. Ja. Der Tesla merkt hier, okay, hinten ist frei. Ja, er hat nicht eingegriffen. Dann habt ihr es gemerkt, er hat nicht das Lenkrad berührt. Er hat quasi nur die Hände über dem Lenkrad schweben lassen. Und der Tesla hat eben den Mülllaster überholt und hat sich danach eben jetzt hier in die richtige Spur eingefiedelt. Jetzt hier an der Ampel auch wieder ganz links einfiedeln quasi. Und die Situation ist beruhigt. Die Ampel schaltet auf grün. Es geht weiter im Verkehr. Ich glaube, wir bleiben da jetzt mal kurz dran. Todmannschalter betätigt. Links abbiegen. Schön auf der linken Spur eingefiedelt. Also wir sind hier mitten in der Innenstadt. Viele Ampeln. Unübersichtliche Situation. Mülllaster unterwegs. Personen auf der Fahrbahn. Und wie ihr seht, bis jetzt musste er noch nicht wirklich eingreifen. Er hat einfach zur Sicherheit öfter die Hände über dem Lenkrad schweben lassen. Aber so an sich bisher souverän gehandhabt vom Tesla im Endeffekt. Nächste interessante Situation. Wir fahren hier auf der Straße und sehen hier einen Van mit Warnblinkanlage. Der Tesla überholt diesen souverän ohne jegliche Probleme. Das können wir uns nochmal kurz in der Wiederholung anschauen. Der Tesla wechselt auf die rechte Spur, die teilweise von diesem Van blockiert ist. Er hat hier nur kurz angetippt, um eben den Todmannschalter wieder zu betätigen. Ja, da seht ihr hier, da ist das Pop-up. Hier, wo der Mauszeiger ist, kommt gleich das Pop-up, dass er das Lenkrad kurz antippen muss. Und das macht er eben, indem er das Lenkrad kurz antippt. Aber er greift jetzt nicht wirklich aktiv ein. Ja, Tesla will sich jetzt hier rechts einordnen. Hier kommt die Warnung. Er tippt kurz ans Lenkrad. Der Tesla fährt weiter und überholt den Van ohne jegliche Probleme. Nächste interessante Situation. Wir nähern uns einem Bus, der rechts hält und Passagiere aufnimmt. Und es staut sich hier an der Ampel. Was zunächst mal auffällt, der Tesla hat jetzt vorhin hier versucht, sich links einzuordnen. Hat jedoch gemerkt, dass hier blockiert ist. Und jetzt passiert was Interessantes. Und zwar, ich spule nochmal kurz zurück. Man merkt, der Tesla versucht bereits jetzt, sich links einzuordnen. Merkt, es geht nicht. Bleibt auf der mittleren Spur. Er erkennt jetzt hier den Bus, der mit Warnblinkanlage wartet. Der Tesla möchte sich jetzt nochmal einordnen. Merkt, es ist gerade frei. Schlägt schon mal ein. Wie ein normaler Mensch das machen würde. Schlägt ein und lugt schon ein bisschen in den Fahrstreifen. Und sobald der Vordermann losfährt, ordnet er sich selber vollständig ein. Fand ich persönlich sehr gut gelöst. Wir bleiben jetzt hier kurz dran, weil gleich danach nochmal was Interessantes passiert. Und zwar, wir sind jetzt hier an der Ampel, die jetzt gleich grün wird. Und die Fußgänger, die jetzt hier kreuzen, haben aktuell grün. Die Fahrzeuge haben rot. Und jetzt switch gleich die Ampel auf grün, wo die Fußgänger entsprechend rot haben müssten. Die Ampel wird grün. Der Tesla kann jetzt fahren. Die Fußgänger müssten rot haben. Lässt hier den Vordermann abbiegen. Der Tesla tastet sich langsam ran, weil hier der Fußgänger ist. Wartet jetzt hier. Müsste er nicht. Der Fußgänger nutzt das aus und geht über die Straße. Aber im Endeffekt würde ich sagen, eigentlich schon gut gelöst. Das war halt defensives Fahren. Also ein Mensch wäre natürlich einfach drüber, hätte ich jetzt gesagt. Aber das war einfach der Autopilot hier. Oder das Full Self Driving ist wohl sehr defensiv eingestellt. Und wenn er merkt, da könnte jetzt jemand panisch über die Straße laufen, um vielleicht noch, ja, bevor der Verkehr kommt, kurz drüber zu huschen, dass er hier sehr vorsichtig ist und entsprechend den Fußgänger nochmal drüber gelassen hat. Fand ich interessant. Nächste interessante Situation. Wir stehen an der Ampel. Diese ist aktuell rot, wie ihr unschwer erkennen könnt. Die Ampel wird grün. Tesla fährt los. Eingeordnet am äußersten rechten Fahrstreifen. Wir sehen jetzt hier einen Van, der Passagiere aufnimmt. Der Tesla kennt dies frühzeitig, ordnet sich in die linke Fahrspur ein. Der Tesla möchte links abbiegen, wartet jetzt allerdings. Warum wartet er? Er wartet auf diesen Van. Er wartet, dass der Van weiterfährt. Warum macht er das? Weil eben erst jetzt der Tesla die Kreuzung voll einsehen kann. Wir spulen nochmal kurz zurück. Es ist nicht so, dass der Van jetzt hier irgendwie Vorfahrt hat oder so, sondern der Tesla ist ja links eingeordnet. Aber sie müssen natürlich Vorfahrt gewähren hier vor dem Rechtsverkehr. Und der Tesla kann den Rechtsverkehr noch nicht ordentlich einsehen, weil hier eben dieser Van steht. Das heißt, der Tesla wartet, bis der Van fährt. Jetzt guckt der Tesla selber nach rechts. Und jetzt weiß er, die Kreuzung ist frei und fährt. Fand ich sehr spannend. Hier noch kurz Autos mit Warmblinkanlage. Tesla zieht souverän vorbei. Ordnet sich wieder ein. Sehr schön gemacht. Läuft wie ein Länderspiel, meine Freunde. So, jetzt kommen wir zu einer Passage, wo wir in Nebengassen reinfahren, die schlecht ausgeleuchtet sind. Bisher war ja alles relativ gut ausgeleuchtet mit Straßenlaternen und so weiter. Und auch mit dem Licht von anderen Fahrzeugen. Jetzt wird es mal ein bisschen spannender. Jetzt fahren wir ein in eine Allee. Oder, ja, Allee kann man es nicht nennen. Hier ist so eine Nebenstraße. Ja, die Anzahl der Straßenlaternen reduziert sich entsprechend. Jetzt kommt gleich wieder eine Situation, wo er die Hände schweben lässt. Also, es ist eben ein bisschen unübersichtlich gerade. Und die Straße ist auch ein bisschen uneben. Jetzt lässt er die Hände kurz schweben, greift allerdings nicht ein. Es ist eine sehr enge Straße. Wie ihr seht, ihr seht es am Licht. Die Ausleuchtung ist gerade wirklich nicht gut. Und der Tesla hält sich aber, ja, meiner Meinung nach sehr gut hinter dem Taxi oder was das da gerade ist. Oder irgendwie Lieferdienst. Und, ja, macht es eigentlich sehr gut. Jetzt kommt hier ein Stoppschild. Der Tesla bleibt entsprechend stehen. Und fährt jetzt weiter. Ja, was war das jetzt? Jetzt muss ich mal kurz gucken. Warum hat er jetzt hier? Moment. Das müssen wir uns noch mal kurz anschauen. Stoppschild. Kommt da jetzt die Warnung? Ja, ja. Hier ist die Warnung, dass er das Lenkrad wieder kurz antippen muss. Moment. Das sehen wir jetzt gleich hier nochmal. Stoppschild kommt. Nur damit ihr das seht. Nicht, dass ihr jetzt sagt, er hat hier eingegriffen in das Lenken. Sondern jetzt kommt gleich hier das Pop-Up. Da, wo der Mauszeiger ist. Jetzt seht ihr es. Er muss das Lenkrad kurz antippen. Genau das macht er. Aber er hat jetzt nicht wirklich eingegriffen in, ja, das Fahrzeugverhalten sozusagen. Wir bleiben da noch kurz dran. Bis die Situation einigermaßen aufgelöst ist. Ja, wir kommen jetzt hier an einen Kreisverkehr. Das wird auch nochmal interessant. Und jetzt wird hier an den stehenden Fahrzeugen. Er setzt den Blinker selbstständig, der Tesla. Ja, der Full-Safe-Driving-Assistent, der braucht jetzt ein bisschen, um sich auszuloten. Ah, nee, er ändert das Ziel. Entschuldigung. Er hat das Navigationsziel geändert. Hat ein neues Ziel eingestellt. Er ist quasi an seiner Destination angekommen. Und jetzt sagt er, okay, neues Ziel. Fahre los, Tesla. Oh, oh, oh. Interessant, interessant. Ah, ja. Ah, sehr interessant. Habt ihr das gesehen? Man sieht hier auf dem Bildschirm, der Tesla will losfahren. Jetzt sieht man hier, wie der Strich von der Navigation kurz nach links zappelt. Allerdings, der Tesla korrigiert sich jetzt und sagt, nee, nee, nee. Das ist ein Kreisverkehr, mein Freund. So darfst du nicht fahren. Und korrigiert sich hier und fährt entsprechend rechts. Sehr interessant. Fährt jetzt hier weiter, selbstständig den Kreisverkehr, hoffentlich. Come on, Tesla, you can do it. Mach es. Fahre den Kreisverkehr. Ja, souverän, souverän, ja, Kreisverkehr gefahren. Und es geht entsprechend weiter. Er erhöht jetzt hier, hier an dem Rad erhöht er die Geschwindigkeit. Falls ihr euch fragt, was er hier am rechten Rad immer einstellt. Das ist einfach nur eine Erhöhung der Geschwindigkeit. Das hier sind Miles per Hour. Ja, Kreisverkehr-Test war in Ordnung. Ja, der Tesla zwar kurzzeitig war mal der Meinung, er kann da links rum, aber er hat sich selber wieder korrigiert. Fand ich in Ordnung. So, jetzt wird es gleich wieder spannend. Wir biegen jetzt ganz kurz gemeinsam links ab. Ja, jetzt fahren wir hier in ein Gebiet. Viele stehende Fahrzeuge. Und jetzt sehen wir gleich, was jetzt als nächstes Spannendes auf uns zukommt. Nämlich eine enge Serpentinenstraße im Wohngebiet. Und das wird jetzt sehr spannend. Er fährt jetzt hier erstmal über die Kreuzung, tastet sich langsam ran, guckt, ob links und rechts Fahrzeuge kommen. Nichts passiert. Und jetzt wird es spannend, meine Freunde. Wow, 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 wow. Ihr seht, das ist hier sehr eng. Und jetzt sehen wir hier, wie er hier selbstständig die Serpentinen da im Wohngebiet ausfährt. Ich würde sogar sagen, sehr smooth, weich, angenehm. Es versetzt mich fast schon in Trance, ihn dazu zu sehen. Entscheidet sich jetzt hier für den rechten Weg. Ordnet sich hier ein. Wunderschön. Kann man nicht meckern, würde ich sagen. Also fährt jetzt hier wirklich ohne irgendwelche Aussetzer. Lenkt wirklich schön weich und geschmeidig. Es ist fast schon hypnotisch, wie sich der Tesla hier durch die Serpentinen schlängelt. Und jetzt kommen wir langsam hier raus. Was hat er jetzt hier kurz gemacht? Bro macht das Video nicht kaputt. Was macht er jetzt hier am Lenkrad kurz? Ah, er betätigt hier das Mikrofon. Hier seht ihr das Mikrofonsymbol. Er hat kurz drauf gedrückt, um was ins Mikro zu sprechen. Er hat aber nicht eingegriffen. Ein Stoppschild hat der Tesla erkannt. Hat eben links und rechts geguckt und geht jetzt hier souverän über die Straße. Fährt weiter geradeaus. Der Eingriff ins Lenkrad war nur, um dem Tesla einen Befehl zu geben. Also und hier stellt er gerade wieder die Geschwindigkeit ein. Also alles in Ordnung aus meiner Sicht. Im Rest des Videos passiert jetzt nicht mehr so viel allzu Spannendes. Deswegen verabschieden wir uns jetzt an dieser Stelle. Ich lasse hier noch die letzten Sekunden im Zeitraffer eben auslaufen. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Bitte gebt mir Feedback in den Kommentaren, ob ihr eben, ja, lieber die ganzen Videos sehen wollt. Also den gesamten Content ungeschnitten quasi. Oder ob ihr es eben wertschätzt, wenn wir hier eben das meiste rausschneiden und quasi nur die Highlights zeigen. Das würde mich an der Stelle wirklich interessieren. Und ansonsten bleibt mir nichts weiter übrig, als zwei Dinge zu sagen. Zum einen abonniert bitte beim lieben Whole Mars Catalog rein. Lasst ein Abo da. Der macht öfter solche Videos. Link müsste unten in der Videobeschreibung sein. Und ansonsten auch bei mir könnt ihr eben rein abonnieren. Abonnieren auf YouTube ist kostenlos. Das heißt, wenn ihr öfter sowas sehen wollt, hier solche, ja, Full Self Driving Zusammenfassungen. Dann abonniert auch bei mir gerne rein. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und macht's gut. Ich sehe euch hoffentlich beim nächsten Mal.